...volle Menschen um mich und in den Tiergarten gesehen, auf der Straße des 1. August, oder wie wir es auch immer mal nennen werden. Inspiriert euch gegenseitig. Wir haben eine unfassbare Kraft in uns. Und ein Einzelner kann hier so viel wie wirklich, kann so viele Menschen mitnehmen. Ich hätte mir das nie erträumen lassen. Ich bin ein Berliner. Ich denke, diese Zeit ist heute in die Welt gegangen. Und den Satz, den ich heute sagen möchte, so setzt sich zu. Ich bin ein Berliner, wir sind alle Berliner. Ich bin ein Berliner und ich glaube, dass es mindestens genauso etwas ist, auf das wir alle stolz sein können. Es gab gestern einen Marsch in Washington. Es war, glaube ich, 1962, gab es eine historische Rede von Martin Luther King. Auch die hat sich geehrt. Und es gab viele große Menschen in unserer Geschichte, die Großartiges geleistet haben. Und die haben alle gleich an klein angefangen. Und wenn wir klein anfangen und immer weitermachen, dann werden wir etwas Großes auf der ganzen Welt schaffen. Und dieses Zeichen haben wir spätestens heute in Berlin in die ganze Welt gesendet. Dafür danke ich euch. Dafür können wir uns alle danken. Das ist historisch. Und da war jeder, der heute hier ist, ein Teil davon. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Wir haben ja jetzt das Klima der Angst durchbrochen. Wir haben alle Mut gezeigt. Und dieser Mut geht um die Welt. Wir lassen uns nie wieder von Angst leiten. Wir lassen uns von Liebe leiten. Wir lassen uns von Mut leiten. Wir haben alle die gleichen Ziele. Wir wollen in Freiheit leben. Wir wollen in Frieden leben. Und dieses Zeichen haben wir heute gesetzt und es geht um die Welt, es geht jetzt schon um die Welt. Wir haben Solidaritätsbegründungen aus so vielen Ländern, Länder, in denen man auch nicht friedlich demonstrieren darf. Wir machen das alle für euch. To all the people in the world who are not allowed to go on the streets to stand up for your right. We are doing this for you and we will win with you. Vielen Dank. Auch wenn ihr die Gegendemos ansprecht, ist es inzwischen so, dass wir die Menschen wachgerüttelt haben. Wir sind uns bei den meisten Sachen einig und der Anselmlenz hat es vorhin kurz sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir können uns gerne irgendwann wieder demokratisch streiten, aber momentan haben wir alle das gleiche Ziel. Wir werden diesem Ziel nachgehen. Wir werden uns davon nicht abbringen lassen. Wir werden uns bei den Menschen, die das immer noch tun, sich lieber dafür einsetzen, dass alle Kinder auf der Welt, unsere Kinder, unsere Mitmenschen, die wir geboten haben. Das ist das Zeichen, das wir setzen. Das Zeichen setzen wir auf Dauer, dass wir das Leben verändern und das hat es auch heute schon getan. Wir haben die Botschaft in 1012 Jahren, die wir sind in der Welt, jeder hat es in der Vergangenheit. Das Licht geht bald aus, die Sonne geht bald unter. Ein historischer Tag in Berlin leigt sich dem Ende zu. Und dann eröffnen wir hier das Camp für Frieden und Freiheit und wir bleiben so lange hier, bis unsere Stimme überall gehört wird. Und dann eröffnen wir das Camp für Frieden und Freiheit und Freiheit und Freiheit. Jetzt ist es manchmal aus praktischen Gründen durchaus angezeigt, sich in Tockel-Tot zu halten. Aber ich kann euch versichern, Abgeordnete sind heute unter uns und ich begrüße euch alle herzlich, egal für welcher Partei ihr seid. Für mich ist aber jeder Politiker, der für unsere Rechte mit aufsteht, den heiße ich hier herzlich willkommen. Wir sorgen an so einer Nebene, der war nicht nur noch am Ende mehr, als man möchte. Deswegen werde ich es heute kurz fassen. Da wir Robert F. Kennedy, wie er heute hat, wir hatten nicht nur 33 Anwälte aus Deutschland, wir hatten auch zwei Anwälte aus Deutschland. Das ist ein stark geil in Amerika, das ist eine historische Leistung, es haben so viele Menschen mitgewirkt, um das möglich zu machen. Ich hätte bis vor zwei Tagen nicht geglaubt, dass wir es schaffen. Aber wie so oft habe ich mich hier und wie so oft freue ich mich, dass ich mich hier zahle. Auch wenn wir alle in unserer Kompos holen. Donald Kennedy hat einen Satz einmal gesagt, wer eine friedliche Revolution verhindert, macht eine Gewaltsamung unausweichlich. Wir sind die friedliche Revolution. Wir werden die friedliche Revolution bleiben und wir werden die Welt friedlich zum Hohle aller Menschen zum Positiv ändern. Das ist unangenehme Schuhe. Das ist ein sehr guter Mann. Das ist ein sehr guter Mann. Das ist mein Geschenk an Michael Ballweg und an alle, die mitmachen. Macht mal bitte euer Handy aus. Macht ein Licht. Macht ein Licht. Macht euer Handy an. Ich möchte diese Bilder Michael Ballweg schenken und dem ganzen Team. Ich möchte es jetzt mit Gewichtes geben der Polizei. Alle sollen das Licht bekommen von der Liebe, von der Power. Das ist eine Sensation, was ich sehe, was an mir passiert ist. Michael, das ist für mich. Für das Durchhalten. Für den Gas geben. Für das Anstecken von Menschen, die hier Frieden feiern. Bleiben wir zu draußen. Das friedlichste. Die Demonstration. Und das wisst ihr. Ich sag Frieden, ihr sagt. Ich sag Frieden, ihr sagt. Ich sag Frieden, ihr sagt. Hei Hei Hei. Ich sag Frieden, ihr sagt. Hei Hei Hei. Unglaublich. Dankeschön, mein Name ist ein anderer Leipzig. Es hat Spaß gemacht. Und jetzt möchte ich zum Ende natürlich auch noch die Kathi ansprechen. Weil sie wie Flügel. Flügel wird sie heute performen. Die Mutter hat heute eigentlich Geburtstag. Die ist 60 geworden und hat alles stehen und liegen gelassen. Lass das Licht bitte an bei diesem wunderbaren Zurückuntergang. Danke Berlin! Danke! Und ein letztes Größer gehören an das Team, bevor die Karte singt. Wir machen noch ein Foto. Das ganze Team zusammen. Weil die gut so hart gearbeitet sind. Wir können gar nicht so viel Danke sagen. Deswegen bitte nur Danke an alle sagen. Und bitte teilt das in den sozialen Netzwerken. Dass das ein Frieden jetzt fest ist. Wir brauchen euch! Okay, ich möchte ein lautes Ja haben! Wir brauchen euch! Ja! 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 Na Das ist krass.